OnePlus hat schon viele begeistert und steht seit dem ersten Smartphone für extrem viel Leistung zum kleinen Preis. Mein Dank geht an dieser Stelle an Trading Shenzhen für das Leihgerät. Mit dem OnePlus 7T hat OnePlus es im letzten Jahr bei mir zum Preis-Leistungs-Sieger geschafft und auch dieses Jahr ist es noch immer einkaufwert. Warum das so ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Bleibt dran! OnePlus-Fans wissen es sowieso, für alle anderen sei gesagt, OnePlus kann gut verarbeitete Geräte. Das OnePlus 7T zeigt das, aber das allein macht natürlich noch keinen Preis-Leistungs-Sieger. Dennoch, die Glasrückseite mit dem matten Finish und in meinem Fall leichten blauen Farbverlauf sieht wirklich gut aus. Pluspunkt, man sieht auf der Rückseite kaum Fingerabdrücke. Ein Manko hingegen ist, dass es kein Wireless-Charging gibt, etwas, das ich bei OnePlus nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Und für mich persönlich ist der Kamerateller auf der Rückseite ein echtes Design-Fail. Aber das beeinträchtigt natürlich nicht die Leistung und ist erstmal persönliches Empfinden. Der Rahmen ist im gleichen Farbton wie die Rückseite und hochglänzend gehalten. Und auch nach intensiver Nutzung konnte ich keine Kratzer oder ähnliches feststellen. Das Display ist anders als beim großen Bruder, dem Pro-Modell, nicht zu den Seiten abgerundet, was ich sehr begrüße, da die Rundung zu den Seiten keinen Mehrwert bietet und nur zu unschönen Reflexionen, Ausleuchtungsproblemen oder unschönen Schatten führt. Was OnePlus kann, ist leistungstechnisch ein Ferrari bauen. Oder sollte ich sagen ein McLaren, denn es gibt auch eine McLaren Edition von diesem Gerät, die ich allerdings nicht im Test hatte. Das OnePlus 7T wurde mit dem turbogeladenen Snapdragon 855 Plus ausgestattet. Mehr Leistung kann man bei Qualcomm aktuell nicht bekommen, außer in der allerneuesten Prozessor-Generation. Dazu gibt es 8 GB RAM für schnelles und beeindruckendes Multitasking. Superschneller UFS 3.0-Speicher lässt Apps noch schneller laden, als man es bisher gewohnt war. Apps öffnen und schließen extrem schnell. Das Oxygen OS, das bis auf einige wenige Features extrem nah am brüstischen Android ist, rennt unglaublich schnell und überholt auch das Google Pixel 4 auf der Rennstrecke problemlos. Genauso schnell wie das OnePlus 7T im Alltag rennt, ist der Tank auch wieder voll. Der 3700 mAh Akku wird mit Warp Charge in wenigen Minuten wieder vollgetankt und es kann weitergehen. Ich muss gestehen, ich habe glaube ich noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt, das so viel Tempo hatte. Ich könnte jetzt behaupten, das Display des OnePlus 7T sei der Hammer, denn viele haben es wegen seiner 90 Hertz sehr gefeiert. Fakt ist, es handelt sich um ein wirklich solides und sehr gutes OLED-Panel, das mit Full HD Plus auflöst. Es hat sehr gute Weiswerte für ein OLED und natürlich sehr schöne Kontraste. Es gehört aktuell sicher mit zu den Besten da draußen. Richtig gefeiert wurde es aber wie bereits gesagt wegen der 90 Hertz. Dadurch soll sich alles unfassbar flüssiger anfühlen als je zuvor. Tatsache ist, ich merke die 90 Hertz im Alltag nicht. Ja, es ist alles super schnell und fühlt sich sehr smooth an, aber das war auch vorher ohne die 90 Hertz schon so. Selbst wenn ich ein 90 Hertz und dann ein 60 Hertz Gerät direkt nacheinander nutze, dann merke ich den Unterschied nur selten oder muss mich sehr darauf konzentrieren. Wegen der 90 Hertz würde ich das Smartphone also nicht kaufen. Wegen des grundsätzlich sehr guten Smartphones schon viel eher. Denn das Display ist auch in heller Umgebung ausreichend hell. Etwas mehr hätte ich mir zwar noch gewünscht, dass bei direkter Sonneneinstrahlung durchaus mal etwas schwierig werden kann. Bei der Kamera gibt es das einzige, was man, wenn man wollen würde, überhaupt beim OnePlus 7T bemängeln kann. Ihr bekommt auch hier eine Triple-Ausstattung und zwar eine 48 Megapixel Hauptkamera, eine 16 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse und eine 13 Megapixel Telelinse. Insgesamt kann man sagen, alle Kameras tun einen guten Dienst, machen sehr solide und schöne Bilder, können allerdings nicht an Wettbewerber wie das P30 Pro, das iPhone 11 Pro oder ähnliches heranreichen. Leider Gottes. Dennoch muss man sagen, das OnePlus 7T liefert hier gute Ergebnisse und für normales mal eben schnell aus der Hosentasche herausknipsen mehr als ausreichende Bildqualität. Wer also nicht sagt, er muss den Super-Hyper-Renner haben im Bereich Kamera, der kann mit dem OnePlus 7T sehr, sehr gut leben. Ein paar Bilder zeige ich euch dazu jetzt, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie die Bilder denn aussehen. Es wird also Zeit für ein Fazit und was soll ich euch sagen? Ich habe es ja eigentlich schon eingangs gesagt in diesem Video. Ich bin begeistert. OnePlus konnte mich wirklich flashen und auch jetzt 2020, besser gesagt Anfang 2020, würde ich auch immer noch preisleistungstechnisch ein OnePlus 7T empfehlen, wenn es euch um ein richtig fixes Android-Smartphone geht. Ich hatte hier die 8 GB und 256 GB Speichervariante und die liegt bei Trading Shenzhen so bei 457 Euro über den Daumen und da muss man ganz klar sagen, für ein neues Smartphone, das so vollgepackt ist mit Technik und wen es nicht stört, dass die Kamera sehr gut, aber nicht überwältigend ist und Wireless Charging fehlt, der ist mit einem OnePlus 7T mit Sicherheit richtig gut unterwegs. Stereo-Lautsprecher sind natürlich ebenfalls an Bord, Fingerabdrucksensor auf der Front gibt es ebenfalls noch mit dabei und das Finish und die Verarbeitung sprechen für sich. Ich war wirklich begeistert und bin sehr froh, dass ich mehrere, also ich glaube zwei Monate, das Glück hatte, dieses Gerät richtig durchtesten zu können und muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht und das OnePlus 7T gebe ich nur sehr schweren Herzenswille ab. Wer sich also für das Gerät interessiert, kann gerne mal unten bei mir in die Videobeschreibung schauen, Abo dalassen, nicht vergessen und lasst mir auch ein Like und eure Meinung zum OnePlus 7T da und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, euer Giganself. Ciao! Ciao! Ciao!